Macht ihr einen kleinen Mädels Spaziergang? Ah, da bist du! Welcher Dank! Alle drei Mädels waren noch einig da. Pele, pale, pele gleich mal auf meinen Kopf, ja? So heißt es dann, dass alle drei Buben schön auf den Nestern sitzen, ja? Soll ich da mal gucken gehen? Da sitzt der Tari, ganz ordentlich und brav. Pele, pale, pele, dein Tari sitzt da. Da hockt das Knödelchen, auch ganz toll. Jetzt kannst du wieder richtig im Nest sitzen, nicht mehr so schief. Und unser Brutneuling. Das ist aber nett, dass du deine Frau endlich auch mal ablöst, hm? Ich glaube ihr hattet da so einen kleinen Disput. Oder du einfach noch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Schön ruhig, wenn alle drei Männer hier drauf auf den Nestern sitzen. So darf das bleiben. Hm? Prima. Bille, balle, billi. Habt ihr frei? Ja? Habe ich jetzt das Damenkranzchen in der Küche gestört? Soll ich dich da mal wieder hinbringen? Habt ihr den Raum genommen, der so weit weg ist wie nur möglich von euren Nestern? Hm? Guck mal, da sitzen die anderen Ladies. Hallo Ladies. Habe Pille, Palle, Peli wieder mitgebracht. Können wir jetzt? Oh, Pille, Palle, Peli sagt aber, Mädchen, Party wohl schon vorbei. Vielleicht kommt sie ja nochmal. Weg. Ein Piks. Ein Piks. Ein Piks.